Der Vogel Strauß ist eigentlich in Afrika zu Hause. Einige Exemplare fühlen sich aber auch in Wermelskirchen im Westen der Republik heimisch. Und so viel sei verraten, die Haltung und Pflege bringt einige Herausforderungen mit sich. Wie die Laufvögel nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Schauen Sie mal. Diese Zeitgenossen haben den Durchblick und gleichzeitig den besten Ausblick. Ihr Zuhause ist mitten in NRW auf der Straußenfarm von Klaus Stöcker. Seit 2008 züchtet er die imposanten Tiere. Seit acht Jahren unterstützt ihn Kerstin Schnabel als Betriebsleiterin. Auf 12,5 Hektar pflegen sie 200 Jungtiere und acht Zuchtfamilien. Das beste Lob, was wir bekommen können, ist so, wenn unsere Gäste sagen, ich esse ja normalerweise kein Fleisch, aber Straußenfleisch esse ich. Einfach der Haltung geschuldet und dem, wie sich die Tiere hier fühlen, wie wir mit den Tieren umgehen. Das ist schon eine Leidenschaft hier. Hauptberuflich leitet Klaus einen metallverarbeitenden Betrieb. Vor 15 Jahren übernimmt er zusätzlich die Landwirtschaft der Eltern und die erste Straußenfamilie zieht ein. Und mit ihnen ein Hauch von Hollywood. Zweimal kurz, einmal lang, ein ganz dumpfer Ton. Machen die Tiere über die Sommermonate rund um die Uhr. Hört sich an, wenn das hier durchs Tal halt, so ein bisschen wie Jurassic Park. In den ersten zwei, drei Jahren hatten wir auch immer wieder Anrufe von den Bergrücken der umliegenden Bebauung. Kerstin hält den Laden zusammen, macht Führung und ist täglich bei den Tieren. Zusätzlich zum Weidegras bekommen die Strauße eine Getreidemischung. Jetzt kann man sehen, dass die Tiere halt das Futter auch gierig aufnehmen. Irgendwann geht dieser Futterklumpen den ganzen Hals runter bis zum Magen. Wenn die zwischendurch hochgucken, hat das nichts damit zu tun, dass die das Essen rutschen lassen müssen. Es geht einfach nur darum, dass die gucken müssen, ob nicht irgendwo der Löwe wartet, weil es hat sich noch nicht rumgesprochen, dass es in Eminghausen keine Löwen mehr gibt. Das Gehirn eines Strauß ist kleiner als sein Auge. Nein, besonders schlau ist der Lauffogel nicht. Dafür hat er ein stechenscharfes Sehvermögen. Die Tiere sind direkte Nachfolger der Dinosaurier. Man schaue sich nur die massiven Füße an. Und hier auf der Farm weiß natürlich jeder, der Strauß ist kein Kuscheltier. Die sind noch sehr urstämmig und dementsprechend sind auch die Reaktionen noch sehr urstämmig. Das ist halt das territoriale Verhalten, was die haben, dass die einfach ganz klar Eindringlinge, Fremde, Bekannte. Egal was, aus ihrem Territorium raushalten. Und das halt mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Genau deshalb müssen die Tiere beim Ausmisten auch separiert werden. Laura ist Teil des Teams und gelernte Tierpflegerin. Vogel Strauß war für sie anfangs dennoch ein großer Unbekannter. Strauße sind in der Regel in keiner Tierpflegerausbildung wirklich Schwerpunkt. Und da muss man das Verhalten einfach lernen. Besonderheiten, wenn man so viele Tiere von einer Art hat, die haben einfach ihre Besonderheiten. Und das lernt man währenddessen. Die Arbeit ist zwar anstrengend, aber die Nähe zu den größten Lauffögeln der Welt wird auch mit ganz besonderen Momenten belohnt. Die schönste Situation war mein erstes Küken, was ich aus dem Ei begleitet habe. Und die Schale habe ich auch noch zu Hause stehen. Ein fester Bestandteil der Straußenfarm ist der Hofladen. Neben kunstvoll verzierten Straußeneiern, Straußeneinudeln, Kosmetik und Souvenirs gibt es Straußenfleisch aus der eigenen Herstellung. Der Klassiker ist das Steak. Das empfehle ich immer, wenn man das mal probieren möchte. Einfach weil der Fleischgeschmack am besten rauskommt und man wirklich den reinen Straußenfleischgeschmack mal hat. Und den können Nachbarn, die hier zur Stammkundschaft gehören, natürlich detailliert beschreiben. Ist für uns erstmal super, weil es nah ist und regional ist. Und ansonsten natürlich ist der Geschmack grandios. Es ist so eine Mischung aus Ente und aus Rind, würde ich es beschreiben. Also unheimlich schmackhaft und easy zuzubereiten. Straußenfleisch ist im Trend, denn es ist mager, eiweißreich und im Vergleich zu anderen Fleischarten sehr cholesterinarm. Der Kilopreis für Steaks liegt bei rund 45 Euro und ist mit dem Preis von Rindfleisch aus artgerechter Haltung durchaus vergleichbar. Momentan sind die Farmbewohner im Frühlingsfieber. Da wird gebalzt und stolziert und geworben. Es ist ganz wörtlich zum Erröten. Der Hahn hat sich schick gemacht für seine Mädels. Rot ist die Liebe. Deswegen färbt er halt in der Paarungszeit den Schnabel und die Füße rot, um den Damen zu zeigen, dass es jetzt bitter an der Zeit ist, die Ahr zu erhalten. Wie in freier Wildbahn hat der Hahn auch in Emminghausen mehrere Weibchen zur Auswahl. Normalerweise finden sich Vögel mit einer großen genetischen Distanz instinktiv, damit es mit der Arterhaltung klappt. Auf der Farm allerdings muss Mensch dem Straußenmann ein wenig behilflich sein. Da wir nicht mit den Jungs losziehen können, die passenden Weibchen suchen, machen wir das im Labor. Das wird mittels DNA-Test bestimmt und dann können wir zumindest im Reagenzglas entscheiden. Henne passt zu Hahn und umgekehrt. Aber die letzte Entscheidung hat die Natur. Wir haben also auch schon einen Hahn gehabt, der uns die Henne über den Zaun gejagt hat, weil er gesagt hat, für mich passt sie nicht, egal was das Labor sagt. Das passiert halt auch. Bei dir passt's gut, ne? Du bist zufrieden mit unserer Entscheidung. Das ist super. April bis August ist bei den Straußen Legezeit. Jede Henne präsentiert ungefähr 20 bis 50 Eier pro Saison. Die Gelege werden zunächst gesammelt und dann gruppenweise im warmen Brutschrank ausgebrütet. Ein einziges Straußenei wiegt locker über 1,5 Kilo. Und die Schale ist so hart, dass sich ein Mensch problemlos draufstellen kann. Die Eier liegen bis zum 39. bis 40. Tag hier bei uns im Brutschrank. Und wir können beim Durchleuchten der Eier erkennen, wann das Küken in dem Ei die Luftblase öffnet. Das heißt, in dem Moment stellt es von Kapillaratmung, also von der Atmung über die Eieroberfläche auf Lungenatmung rum. Und dann nehmen wir die Eier aus dem Brutschrank raus und legen die in den Schlupfschrank, der nebenan ist. Noch ist hier nichts los, aber in ein paar Wochen werden die ersten Küken das Licht der Welt erblicken. So wie auch letztes Jahr. Nur zwölf Monate später sehen sie so aus. Es sind stattliche Jungvögel geworden, die um die 100 Kilo wiegen. Grundsätzlich züchten wir natürlich auch Tiere zur Schlachtung. Nur vom Angucken kann keiner leben. Ich esse grundsätzlich Fleisch und deswegen weiß ich, dafür stirbt ein Tier. Ich finde es halt sehr wichtig, dass Tiere artgerecht aufgezogen werden. Und dementsprechend finde ich es halt auch wichtig, dass man verantwortungsbewusst mit dem Leben umgeht. Strauße picken bis zu 30.000 Mal am Tag, eigentlich zur Nahrungsaufnahme. Aber wer weiß schon, was man alles essen kann. Ich muss mal das Equipment hier retten. Das geht so nicht. Die Strauße haben die Landwirtschaft in Emminghausen neu belebt und sind mittlerweile eine echte Attraktion. Und Klaus Stöcker hat noch einiges vor. Also was wir ganz klar noch auf dem Schirm haben und machen wollen und auch die entsprechende Immobilie schon gekauft haben, ist ein Hofcafé. Also das ist das, was wir noch anbieten wollen. Ferienwohnungen sind noch in der Planung. Also Ideen gehen mir da grundsätzlich nicht aus. Ganz egal, was da noch kommt, die Strauße werden ihre Farm ganz sicher im Auge behalten. Vielen Dank. Vielen Dank.